Mein Name ist Josefa Romy-Brucker, bin 57, gebürtige Meranerin und wohne auch dort mit meinem Partner. Zusammen mit dem Bürgermeisterkandidaten Otto Sepp-Wallner kandidiere ich auf der Liste der Freiheitlichen für den Gemeinderat in Meran. Mein Einsatz gilt den Familien und ihren Themen. Ein besonderes Augenmerk lege ich auf die Wiedereinführung des Berufsbildes der Familienhelferin. Aber auch das leistbare Wohnen in Meran muss unbedingt mehr gefördert werden. Die Verbindung der Peripherie untereinander in Meran bedarf der Schaffung mehrerer Citybus-Linien. Ebenso gehört das Ehrenamt unterstützt, die Entbürokratisierung und dass man wieder mehr Acht gibt auf die deutsche Sprache. Eine Amtsperiode habe ich schon hinter mir und möchte mich wieder der Wahl stellen. Erstens, weil ich handeln statt behandelt werden will. Zweitens, weil es viel mehr Frauen in der Gemeindepolitik in Meran braucht. Und drittens, weil die einfache Bevölkerungsschicht ja auch im Gemeinderat vertreten sein soll. zünden, weil es zwei Frauen in der Gemeinde 있습니다. Und hier haben sie noch meine Streit und Pop artивают die Queraimer autobus.